So, herzlich willkommen zurück nach einer ungefähr sechs oder acht wöchigen Pause von YouTube. Melden Kai und ich uns zurück. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Wie ihr seht, stehe ich hier gerade in meinem Büro. Und ich bin gestern durch einen Schneesturm von Pittsburgh aus nach Hause gefahren. War nicht ganz so angenehm. Man konnte teilweise einfach überhaupt gar nichts sehen. Aber gut, alles halb so wild. Hier liegt kaum Schnee. Ich musste nicht mal die Einfahrt freiräumen. Und warum haben wir jetzt eine kleine Pause gemacht? Dazu nur zwei Sätze. Wir waren halt sehr beschäftigt mit dieser Reise im Januar und haben es dann leider nicht geschafft, ausreichend Content für YouTube zu produzieren. Ich habe aber in der letzten Woche in Pittsburgh einige Videos vorbereitet. Unter anderem auch, um den Hochzeitsfotokurs abzuschließen. Die werden wir in den nächsten Wochen hochladen. Also ihr könnt davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen wieder regelmäßiger uploaden werden. Okay, worum geht es in dem heutigen Video? Naja, wir hatten ein Shooting ganz in der Nähe von Las Vegas bei den Red Rocks. Und das ist nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben gedacht, wir zeigen ruhig auch mal auf YouTube und unserem Kanal, wenn etwas mal nicht so gut geht. Und lassen das Video nicht ausfallen, weil die Raten davon, wie ihr sehen werdet, offensichtlich ja ein Video geplant. Und wir haben gedacht, auch wenn es jetzt nicht so schön gelaufen ist, zeigen wir euch das mal. Viel Spaß beim Video. So, wir sind heute bei den Red Rocks in der Nähe von Las Vegas und wir zeigen euch mal ein Modelshooting, bei dem leider einiges schiefgegangen ist. Mehr dazu nach dem Intro. So, heute haben wir mal ein bisschen was anderes vorbereitet. Und zwar haben wir ein Modelshooting in der Nähe von Las Vegas bei den Red Rocks. Die seht ihr wahrscheinlich hier im Hintergrund. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, schön mit ein bisschen Gegenlicht in der letzten Abendsonne zu shooten. Aber da haben wir schon den ersten Tipp für euch. Wenn ihr mit Models arbeitet, vor allem die ihr vielleicht nicht kennt, und solltet ihr immer mindestens eine halbe Stunde zuvor einladen. Das heißt, in diesem Fall wollten wir eigentlich uns um vier treffen. Es hätte halt Sinn gemacht, mindestens 3.30 Uhr zu sagen. Weil dann hat man nämlich entweder, während man auf die wartet, Zeit, um schon mal ein bisschen Location zu scouten. Oder ihr fangt einfach früher an, habt ein bisschen mehr Zeit insgesamt. Da ist ja nichts Schlimmes dran. Und in diesem Fall ist es auch so, dass die Berge da hinten halt relativ hoch sind. Das wussten wir halt in dem Fall nicht. So, dass jetzt eigentlich eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang ist halt schon, wie ihr seht, stehe ich hier ohne Sonne. Aber das ist erstmal kein Problem. Wir können ja weiterhin shooten. Gerade im Schatten sehen auch oft Hauttöne sehr, sehr gut aus. Von daher haben wir jetzt gesagt, wir machen trotzdem weiter und wollen euch diesen Kurs hier nicht vorenthalten. Und das Wichtigste in diesem Kurs ist eigentlich, dass es darum geht, dass wir eben nicht wie sonst halt oft zwei Leute vor der Kamera haben. Da hat man halt den Vorteil, dass die können sich auch miteinander beschäftigen. Und die können halt miteinander interagieren. Den kann man sagen, macht mal das und das. Lauft mal hier rum und so. Und schaut euch dabei an, sodass automatische Interaktion stattfindet. Bei dem Model muss eigentlich immer eine Interaktion mit der Kamera stattfinden. Das heißt, ihr müsst halt schon viel, viel mehr auch dazu animieren, bestimmte Sachen zu machen. Wenn ihr jetzt ein Model habt, das schon ein bisschen Erfahrung hat, dann könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass sie auch schon sich ein bisschen bewegen können. Dass ihr denen auch sagen könnt, okay, jetzt spielt mal ein bisschen mit euren Haaren rum, macht mal ein bisschen was aus mit den Händen, packt die irgendwo anders hin und so weiter. Dass sie halt auch so ein bisschen in so einem Flow halt posieren können alleine und dass ihr dann die Posen einfach schon mal nehmen könnt und nicht bei jeder Pose ganz genau sagen müsst, so und so stellt euch da hin. Grundsätzlich, werdet ihr gleich sehen, wird es halt so laufen, dass ich einfach dem Model sage, okay, lauf mal hier lang, dann fotografiere ich so ein bisschen, wie die da rumläuft. Dann lasse ich sie vielleicht weglaufen, dann lasse ich auf die Kamera zulaufen, dann stelle ich sie irgendwo hin und erzähle ihr so ein bisschen, was sie machen soll. Und grundsätzlich bei so einem Shooting an so einem Touri-Spot wie jetzt ist natürlich auch wichtig, dass ihr trotzdem darauf achtet, dass möglichst wenig im Hintergrund an Leuten zu sehen ist. Am besten niemand. Ich habe schon mal ein Shooting an den Niagara-Fällen gemacht, im ganz normalen Nachmittag oder auch zur Richtung Sonnenuntergang war das, glaube ich. Und da war natürlich sehr viel los und trotzdem habe ich es geschafft, dass auf dem gesamten Shooting halt nicht eine Person im Hintergrund zu erkennen ist. Und da muss man eben halt die richtige Location finden, da muss man halt das Paar oder in dem Fall das Model halt richtig positionieren und dann funktioniert das auch. Also das war natürlich so ein bisschen so ein persönliches Ziel von mir, dass da eben niemand im Hintergrund sein soll. Hier ist es einfach, hier sind jetzt aktuell vielleicht 20 Leute, die sich das noch anschauen, ein paar mehr auf dem Parkplatz. Das wird kein Problem sein, dass man die rausnimmt. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch was, dass ihr da nicht irgendwie ein Model in perfekter Pose irgendwo hinstellt und dann steht da halt im Hintergrund jemand, der ein Selfie macht, irgendein Touri. Da sollte man natürlich darauf achten. So generell, warum stehen Kai und ich jetzt hier überhaupt in Las Vegas? In dem Fall Kai ist hinter der Kamera, ich vor der Kamera. Und zwar haben wir jetzt halt eine Reise gemacht von Los Angeles nach Las Vegas und wir haben Kooperationen mit Fels gemacht, dass wir da halt kostenlos übernachten können im Austausch für Fotos. Und unsere Freizeit, die wir dann trotzdem noch haben, gestern Nacht zum Beispiel, haben wir selber für die Übernachtung bezahlt. Diese Freizeit, die nutzen wir dann eben und machen halt vielleicht ein Shooting mit einem Model. Wir haben dann morgen noch ein Pärchen, die ich schon mal fotografiert habe. Die werden wir auch hier begleiten, die wohnen halt in Las Vegas. Und es ist uns halt wichtig, dass wir auch mal ein bisschen andere Shootings machen, dass wir halt für unser Portfolio Sachen erstellen, die wir vielleicht später mal shooten wollen. Also grundsätzlich kann man immer sagen, dass ihr werdet für das bezahlt oder beziehungsweise für das werdet ihr Aufträge bekommen, was ihr halt im Portfolio schon stehen habt. Das heißt, wenn ihr da nur Pärchen habt in eurem Portfolio, werdet ihr natürlich von einem Model oder sagen wir mal von einem Schauspieler halt nicht engagiert werden, um deren Einzelportairs zu machen. Ihr müsst halt sowas schon im Portfolio haben. Und ich finde halt persönlich immer, das ist eine sehr schöne Herausforderung, dass man sich halt einen Mensch nimmt, mit dem man mehr interagieren muss, wo man selber mehr machen muss. Wo man aber auch den Vorteil hat, dass man eben sich nicht immer in eine neue Situation ausdenken muss, wie die Leute halt miteinander interagieren, dass es so möglichst natürlich aussieht. Sondern bei einem Model-Shooting kannst du natürlich das Model auch ganz stumpf die ganze Zeit in die Kamera gucken lassen oder mehr oder weniger zumindest. Und das gehört halt dazu. Da ist halt wesentlich mehr Interaktion mit der Linse vorhanden. Und das macht es in dem Fall halt vielleicht auch ein bisschen einfacher. Es ist einfach eine andere Herausforderung. Und Kai und mir macht das halt Spaß, mal was anderes zu machen, mal ein ganz anderes Shooting zu machen, um halt auch Abwechslung zu haben. Das ist natürlich auch wichtig, dass man nicht eben immer nur Hochzeiten oder nur Verlobungs-Shootings macht. So, das Model müsste jetzt in ein paar Minuten hier sein. Wir schauen jetzt noch mal so ein bisschen uns um, suchen uns schon mal so ein paar Spots aus. Das habe ich ja eben schon erklärt, wenn ihr ein bisschen Wartezeit habt, immer für irgendwas nutzen, dass ihr einfach schon mal loslauft und schon mal schaut, wo könntet ihr gleich hingehen. Also machen wir jetzt ein bisschen Location-Scouting und dann seht ihr gleich, wie das Shooting eben wirklich aussieht. So, da ist dann Kali mit ungefähr 90 Minuten Verspätung eingetroffen. Wie ihr seht, ist halt die Sonne komplett weg. Man hat jetzt noch so den Anfang einer blauen Stunde, wie ihr das sehen könnt. Das bisschen Rotwasser im Hintergrund so schimmert, das sah in der Kamera nicht so toll aus. Ich habe das in der Situation versucht, das zu fotografieren. Dann mache ich es meistens am Anfang so wie jetzt auch, dass ich dann einfach mal mit dem Model ein bisschen herumlaufe, dass sie sich erstmal ein bisschen aufwärmt, dass sie halt ein bisschen vor und zurück geht und dass man dabei halt schon mal so ein bisschen schaut, wie geht die mit der Kamera um? Schaut die da direkt rein? Hat die eher viel Erfahrung mit dem Posieren oder wenig? Und dann werdet ihr gleich sehen, dass unser Model da leider noch nicht so erfahren war, dass sie noch viel Hilfestellung brauchte. Sie steht jetzt hier eigentlich, das sieht meistens okay aus, was sie gemacht hat, aber man sieht jetzt da schon, wie sie sich da so ein bisschen bewegt und so ein Flow-Posing quasi vortäuscht. Das ist einfach, das zeugt nicht davon, dass sie extrem viel Erfahrung hat. Sie hatte uns halt vorher auch gesagt, dass sie einen Bad Hair Day hatte und sie musste überall rumrennen, deswegen war sie ja auch zu spät. Sie musste irgendwas zur Post bringen. Jetzt hat Kai da einmal kurz übernommen, da das Shooting zu machen. Das ist halt oft so, dass wir uns dann abwechseln. Das kann mal helfen, wenn der Fluss ein bisschen raus ist, dass man dann einmal sagt, okay übernimm du einmal, vielleicht klappt das ein bisschen besser, wenn du fotografierst. Aber grundsätzlich hatte unser Model Carly da leider nicht ihren besten Tag und das kann auch daran gelegen haben, dass eben ihr Posing dann nicht so sicher war, wie das vielleicht mal bei anderen Shootings war. Sie hatte da halt wahrscheinlich ein sehr schlechtes Gewissen, dass sie eben so spät da war. Ihr könnt fast sagen, sie hatte vielleicht die Hoffnung, dass wir vielleicht da noch absagen, dass wir sagen, okay, wenn es jetzt so spät ist, brauchst du nicht zu kommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall gut, sie war halt da. Wie ihr sehen könnt, haben wir immerhin jetzt ein sehr schönes, weiches Licht, weil es eben alles im Schatten ist. Auch die roten Felsen im Hintergrund sind eben im Schatten, sie ist im Schatten. Das heißt, kann man halt beides gut aufs Bild bringen, braucht da kein Licht momentan, um aufzuhellen oder irgendwas. Man kann damit sehr gut arbeiten. Da habe ich jetzt gesagt, dass sie halt ein bisschen mehr zur Seite schauen soll, dass sie nicht zu viel in die Kamera schaut. Da würde ich immer ein bisschen mit rumprobieren. Bei solchen Shootings einfach mal sagen, okay, schau direkt in die Kamera und je nachdem, wie man das Gefühl hat, wie diese Blicke in die Kamera sind, irgendwie selbstsicher sehen die aus. Es soll ja nicht die ganze Zeit nur Lächeln sein. Dann macht es vielleicht auch Sinn, dem Model mal zu sagen, okay, schau mal hier nach links, schau mal nach rechts und dann vielleicht auch nochmal genau sagen, jetzt meinetwegen schau genau jetzt auf dieses Schild, was da rechts ist. Einfach so manchmal nochmal ein bisschen genauer sagen, wo sie hinschauen sollen. Man sieht hier einfach, wie sie da zwischen dem Shooting steht, dass da einfach nicht eine große Selbstsicherheit bei ihr da ist. Da kann man jetzt natürlich lange drüber meckern, aber man kann auch ehrlicherweise sagen, dass man natürlich als Fotograf dem Model auch immer noch die Sicherheit geben muss. Es lohnt sich dann halt mal zu versuchen, ein paar mehr Komplimente zu machen, zu sagen, es läuft alles gut, machst du alles super, auch wenn es mal nicht so gut läuft, weil es wird natürlich nicht helfen, wenn man das Model hinter der Kamera dann auch noch sozusagen spüren lässt, dass es gerade momentan ein bisschen schwierig ist. Man kann ruhig mal ehrlich sagen, das mache ich dann auch oft, wenn ich irgendwie sage, stell dich mal da vorne hin und ich merke, das funktioniert gar nicht und dann breche ich das sofort ab und sage, das funktioniert gar nicht, schon weiter habe ich Fehler gemacht, dann das entlockert, das lockert das auch so ein bisschen auch, wenn man das richtig sagt. Man muss sich immer so tun, als wäre jedes Bild ein absoluter Knüller. Das ist zumindest einfach nicht meine Art. Und dann im späteren Verlauf des Shootings haben wir dann halt angefangen, einfach mit einem iPhone oder mit zwei iPhones dann das aufzuhellen. Und das hat auf jeden Fall schon einiges gebracht, dass wir dann dadurch noch eine Lichtsitzung machen konnten und die nochmal einen ganz anderen Bildlook dadurch entstanden ist. Aber ja, es war einfach ein Shooting, bei dem vieles schief gegangen ist. Das Licht, was wir uns vorgestellt hatten, war nicht da. Dadurch waren wir natürlich von Anfang an schon ein bisschen enttäuscht in das Shooting reingegangen. Dann sie war einfach schon wahrscheinlich, hatte sie ein unheimlich schlechtes Gewissen, dass sie zu spät war. Jetzt sieht man hier, wie wir da mit dem Licht das auffällen. Da sind noch ein paar ganz nette Aufnahmen entstanden. Grundsätzlich kann man als Fazit von diesem Shooting sagen, dass, ich zeige euch gleich mal kurz die Bilder, wie die aussehen, dass die Momente, die so ein bisschen mehr candid sind, sie halt so ein bisschen mehr aussehen wie zwischendrin, dass die bei ihr am besten funktioniert haben. Da, wo es so aussieht, als wäre ihr gar nicht bewusst, dass die Kamera da ist, das sieht da wie am besten aus, deswegen habe ich jetzt die Bilder auch ausgewählt. Das war jetzt der, das war quasi das erste Bild, was ich gemacht habe, noch von dem Anfang der blauen Stunde. Hier, das ist eins von den wenigen, die mir gefällt, wo sie direkt in die Kamera schaut. Ich fand es immer ein bisschen besser, wenn sie zur Seite schaut, wenn es ein bisschen zufälliger aussah. Das hat irgendwie insgesamt besser zu der Situation gepasst. Hier sieht man es zwar, man weiß natürlich, die posiert, aber es ist halt noch eine recht natürliche Pose mit einem bisschen wilden Haar. Sieht ein bisschen aus wie ein Schnappschuss. Und hier ist es schon etwas zu stark posiert. Ich fand nur das Framing durch den Hintergrund sehr schön, deswegen habe ich das Bild eigentlich nur ausgewählt. Und hier haben wir noch eins, wo sie direkt in die Kamera schaut, wo wir ein bisschen Vordergrund haben. Und ihr seht auch dieses gleichmäßige Licht, was uns da auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt von Vorteil war, dass wir halt ein sehr softes Licht haben, direkt nach dem Sonnenuntergang. Das ist jetzt vielleicht so 30 Minuten, nachdem die Sonne weg war ungefähr. Grundsätzlich bin ich auf diese Bilder nicht besonders stolz. Und ihr seht da jetzt eben nicht besonders viel, was ich jetzt in mein Portfolio packen würde. Vielleicht eins oder zwei Bilder, einfach nur wegen der Location. Kann man schon nehmen oder kann man mal ein Bild auf Instagram posten. Hier sieht man, dass es sogar ein iPhone-Licht eigentlich eine ganz schöne Lichtsetzung leisten kann in so einer Situation. Da reicht LED dann oft aus.